Hi Leute, ich hab heute nochmal unter meinem gehältetesten Video so gescrollt, weil ich wollte so gucken, so was die Leute jetzt so schreiben, im Gegensatz zu früher, mich mögen jetzt viel mehr Leute irgendwie gefühlt. Auf jeden Fall hab ich dann das gesehen und ich find so, mir macht Hate überhaupt nichts aus, weil wisst ihr so, wenn mir das was ausmachen würde, würde ich nicht anfangen mit YouTube oder so, aber halt, wenn man mich schon versucht zu haten, dann bitte schreibt es richtig, weil wisst ihr, ich bin in der Schule nicht so die Beste, aber Deutsch, da bin ich die Beste in der ganzen Klasse und ich hatte immer eine 1 oder eine 2, ich hatte nie eine schlechtere Note und wenn man mich haten will, dann wirklich, wenn man irgendwas schreibt, was in Deutsch keinen Sinn ergibt, warum ladest du ein Video? Lädst, bitte Leute. Und das ist für mich mehr Hate, dieses, dass du was falsch geschrieben hast, wie, dass du mich hatest und so und deswegen, ganz ehrlich, du hast mich damit gehatet und zwar mein Gehirn, weil ich Deutsch bin und einfach Deutsch, ah, sagen, weil ich hab Deutsch studiert und irgendwie, es ist mehr Hate so mit dem Deutsch als so.